Ja, Hallihallo liebe Freunde zu Hause an den Endgeräten, auch mich hat's getroffen. Ich bin zur Eisbackel-Challenge geladen. Irgendjemand aus dem tiefsten Sachsen hat mich dazu verdonnert, mir eiskaltes Wasser über den Kopf zu gießen. Ihr könnt das Ganze miterleben. Am liebsten würde ich euch das Wasser selbst in den Kopf gießen, aber ich muss es jetzt für den guten Zweck tun. Die Nominierung kommt gleich danach. Scheiße! Und ich nominiere niemand, keinen und unbekannt. Scheiße!